Wir haben letztes Mal ein Hello World Programm geschrieben. Wir haben hier den Teil, der einmal ausgeführt wird, wenn der Arduino gestartet wird. Da wird die Geschwindigkeit eingestellt, mit der der Arduino Daten überträgt an den PC. Und dann hier in Loop, das wird regelmäßig wiederholt, da wird etwas gedruckt, also geschrieben. Und zwar der Text Hello World und das immer wieder, immer wieder. Ich lasse es gerade nochmal laufen, dass wir uns das angucken können. Es wird kompiliert, es wird an den Arduino hochgeladen. Und wenn es fertig ist, können wir uns hier in dem Serial Monitor das anschauen. Und dann kommt ganz, ganz oft Hello World. Es können auch bei diesem Programm schon Fehler auftreten. Und die Fehler, die ich mit den Kindern beobachtet habe, die werde ich heute mal vorstellen. Ein häufiger Fehler ist, dass hier der Strichpunkt vergessen wird. Am Ende der Zeile. Und dann gibt es hier noch so ein Button, der heißt Verify. Verify ist Englisch für Überprüfen. Und dieser Schritt passiert automatisch vor dem Hochladen auch. Man kann sich hier höchstens ein bisschen Zeit sparen, indem man nur überprüft und nicht hochlädt. Dann geht es vielleicht in der Kleinigkeit schneller. Und jetzt sehen wir schon, die Ausgabe sieht anders aus. Es ist rot, ja, rot die Farbe für Gefahr. Hier hat irgendwas nicht gestimmt. Und da sehen wir in der Fehlermeldung Error, das ist Englisch, heißt Fehler. Expected Strichpunkt bevor, geschweifte Klammer, Token. So, was bedeutet das jetzt? Also die Fehlermeldungen sind alle Englisch. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber ihr habt in der Schule hoffentlich alle Englisch. Und lernt auch mit der Zeit, das zu verstehen. Error heißt Fehler. Expected heißt erwartet. Dann haben wir den Strichpunkt, der erwartet wird. Before heißt vor. Und dann haben wir die geschweifte Klammer. Und Token, das ist so etwas ganz Kompliziertes. Das ist Teil von einem Compiler. Irgendwelche internen Sachen, die der Compiler braucht. Das ist relativ schwierig zu erklären. Also, was möchte er haben? Er möchte einen Strichpunkt vor der geschweiften Klammer. Jetzt probieren wir das mal aus. Wenn wir hier einen Strichpunkt hin machen, funktioniert das Ganze dann. Und tatsächlich, das klappt wieder. Allerdings ist das nicht die Art, wie wir normalerweise Befehle schreiben. Wir schreiben zuerst den Befehl und dann hinten dran den Strichpunkt. Und nicht in der nächsten Zeile vorne dran. Also, die Fehlermeldung nicht ganz ideal. Es wäre besser, er würde sagen, ich erwarte einen Strichpunkt hinter dieser Rundenklammer. Aber immerhin, er hat uns gesagt, dass ein Strichpunkt fehlt. Und wenn ihr wisst, dass der Strichpunkt am Ende der Zeile sein soll, dann könnt ihr dort ja den Strichpunkt ergänzen. Eine weitere Sache, die oft passiert ist, dass Groß-Kleinschreibung nicht berücksichtigt wird und dann hier zum Beispiel ein kleines S geschrieben wird. Und dann schauen wir uns mal an, was dann passiert. So, da kriegen wir auch wieder eine Meldung. Error, also gleiche Meldung wie vorher. Fehler. Serial, so wie wir es geschrieben haben, also klein, was not declared in this scope. Also, was bedeutet das? Fehler. Diese Variable, dieser Name, wurde nicht in diesem Scope deklariert. Jetzt ist es wieder schwierig. Was ist Scope? Das werden wir später noch irgendwann lernen. Was bedeutet deklariert? Also komplizierte Begriffe, die hier verwendet werden. Lesen wir mal weiter. Note. Note heißt Notiz, Suggested Alternative, also vorgeschlagene Alternative, Serial und jetzt großgeschrieben. Und wir kriegen hier so eine Art Pfeil, mit diesem, der Pfeil und diese Schlangenlinien, die sollen uns zeigen, wo der Fehler genau passiert ist. Also hier bei diesem kleinen S, da fängt es irgendwie an und wir sehen, dass wir hier, der Vorschlag ist, ein großes Serial draus zu machen. Das ist sehr gut und wenn wir das machen, behebt es tatsächlich unser Problem. Wenn ich den Code mit dem Beamer manchmal zeige, dann kann man das von den hinteren Reihen vielleicht schlecht lesen. Dann kann es vorkommen, dass hier zum Beispiel anstelle von diesem Punkt ein Komma getippt wird. Und dann kommt auch eine Fehlermeldung. Error, also Fehler. Begin was not declared in this scope. Also wieder so eine ähnliche Fehlermeldung wie gerade eben. deklariert, scope, schwierige Begriffe. Aber wir haben hier wieder einen Pfeil, wo irgendwie was nicht stimmen könnte. Da sehen wir hier Serial und dieser Pfeil ist ganz nah hier in der Nähe von diesem Komma. Und das sollte uns dann den Hinweis geben, dass wir hier einen Punkt eintippen können. Sehr gut. Manchmal kann es passieren, dass ihr irgendwas markiert habt, zum Beispiel eine geschweifte Klammer und dass ihr dann irgendwie was getippt habt und dann verschwindet auch so eine geschweifte Klammer. Was passiert dann? Also wieder Error, Fehler. A Function Definition is not allowed here before, geschweifte Klammer, token. Also wieder komische Begriffe. Was bedeutet das? Eine Funktionsdefinition ist hier nicht erlaubt vor der geschweiften Klammer. Also hier wird eine zweite Funktion angefangen. Nämlich wir haben einmal hier die Funktion, die heißt Setup und dann wird hier eine zweite Funktion angefangen, die heißt Loop. Und die darf hier noch nicht anfangen. Lesen wir mal weiter. Error, also wieder Fehler. Expected, geschweifte Klammer zu. At End of Input. Expected heißt erwartet. Eine geschweifte Klammer, die zugeht. Am Ende der Eingabe. So, was bedeutet jetzt Eingabe? Eingabe für den Compiler ist diese Datei hier. Die wird in den Compiler reingegeben. Der überprüft das Ganze. Und der hat jetzt festgestellt, dass ihm eine geschweifte Klammer fehlt. Und da ist es so, dass die geschweiften Klammern von der Anzahl her immer zusammenpassen müssen. Wir brauchen also immer eine öffnende geschweifte Klammer und dann passend dazu irgendwo wieder eine schließende geschweifte Klammer. Genauso mit den runden Klammern. Wir haben hier eine runde Klammer auf, eine runde Klammer zu. Dann haben wir hier eine runde Klammer auf, eine runde Klammer zu, eine runde Klammer auf, eine runde Klammer zu. Im Prinzip, genau wie in Mathematik auch, man braucht diese Klammern immer paarweise, muss immer eine offene und eine schließende zusammenpassen und da hat der Compiler jetzt gemerkt, da fehlt irgendwo, fehlt eine. Er hat die gezählt, ich habe eine öffnende und zwei öffnende, aber nur eine schließende von den geschweiften Klammern und da fehlt ihm jetzt eine und jetzt müssen wir herausfinden, wo die hingehört. Da gibt es jetzt natürlich viele Möglichkeiten, wo man die geschweifte Klammer hinmachen kann. Hier ganz am Ende, hat er ja gesagt, am Ende. Das können wir mal ausprobieren. Dann geht ein Teil der Fehlermeldung tatsächlich weg, aber die andere Fehlermeldung, Function Definition is not allowed hier, also eine Funktion kann hier nicht anfangen, die ist immer noch da. Ja, so und dann hilft es uns hier vielleicht erstmal zu schauen, ja, wo ist denn der erste Fehler? Und ich mache das nochmal rückgängig hier mit der Klammer, das hat ja nicht funktioniert. Und vom Prinzip her ist es so, dass wir an der ersten Stelle, wo so ein Fehler auftritt, da in der Nähe, da sollten wir erstmal gucken. Also hier kriegen wir eine Angabe, da irgendwo bei Loop fehlt ihm irgendwas und tatsächlich da gehört ja die Klammer auch hin, die geschweifte Klammer. Was anderes, was ich beobachtet habe, ist, dass bei den Buchstaben, die man leicht verwechseln kann, zum Beispiel das kleine L und die 1, die sehen ja ähnlich aus. Also wir haben hier das erste ist ein kleines L, das hintere ist eine 1, die sehen sich schon manchmal ähnlich, auch auf dem Beamer von weiter weg kann man das vielleicht manchmal nicht richtig erkennen. Und dann kommt es vor, dass ihr hier vielleicht eine 1 getwippt habt, statt einem kleinen L. Oder hier unten, ja, egal wo, oder da, hier Print1N zum Beispiel, ja, können wir gleich ausprobieren. So, was passiert? Fehler. Serie 1 was not declared in the scope. Also wieder diese komischen Begriffe mit deklarieren und scope und so weiter. Node, suggested alternative, notiz, vorgeschlagene alternative, serial. Aha, also dann können wir das von mir aus hier rauskopieren. Ihr könnt hier einen Doppelklick draus machen, dann wird das ganze Wort markiert. Rauskopieren, hier reinkopieren und dann funktioniert das ganze wieder. Probieren wir es hier aus. Was passiert hier, wenn man hier eine 1 getippt hat, versehentlich, anstatt dem L? Aha, Error. Class hardware serial has no member named print1N. Also Fehler, dann Klassen, das werden wir noch auch später, ist auch wieder was Komplizierteres besprechen. Has no member, hat keine Eigenschaft, die so heißt. Und wir kriegen aber hier auch gleich den richtigen Vorschlag. Print1N hat er hier erkannt, da muss irgendwo der Fehler sein. PrintLN hat er hier vorgeschlagen. Also Doppelklick drauf, können wir nehmen, hier hin kopieren und das ganze funktioniert. Was passiert, wenn ihr hier jetzt eine 1 getippt habt, anstatt dem L bei Hello World? Da passiert gar nichts. Ist das nicht komisch? Jetzt habt ihr hier einen Fehler drin. Hello World ist gar nicht mehr Hello World. Und trotzdem hat er das akzeptiert. Und das liegt daran, dass hier einfach ein Text steht. Den Text könnt ihr definieren, wie ihr wollt. Und diese Texte interessieren den Arduino relativ wenig. Die wird er direkt so übernehmen. Und wenn ich das jetzt mal hochlade und ausprobiere, dann werden wir sehen, der übernimmt es direkt so. Und dann kriegen wir halt genau den Text, so wie wir ihn geschrieben haben. Also da spielt es keine Rolle. Das ist vielleicht auch ganz nett. Da könnt ihr so Sachen machen wie Leadspeak. Also wem das was sagt. Hier Leadspeak, da schreibt man ja die Sachen auch so ein bisschen komisch. So zum Beispiel Hello World in Leadspeak. Und vielleicht wollt ihr das ja genau so haben. Das ist ja vielleicht eure Entscheidung, dass hier gar nicht wirklich Hello World stehen soll, sondern eine abgewandelte Form von Hello World. Und dann ist es ja auch gut, wenn der Arduino das so übernimmt, wie ihr das haben wolltet. Manchmal müssen wir ja auch Sachen selber machen können. Ja, was kann noch passieren? Es kann passieren, dass hier anstelle von den doppelten Anführungszeichen, dass ihr vielleicht zwei einfache Anführungszeichen geschrieben habt. Nicht drei, aber vielleicht zwei. Was passiert dann? Also wir kriegen auch wieder Fehlermeldungen, relativ viele Fehlermeldungen sogar. Und da fangt ihr am besten oben an. Da müsst ihr also unter Umständen hier nach oben scrollen. Und der erste Fehler hier wieder Error, Fehler, Empty Character Constant, also leere Zeichenkonstante. Und der hat den Punkt eigentlich ziemlich gut erkannt. Serial Printline. Und dann haben wir hier wieder diesen Pfeil. Der zeigt auf unsere Anführungszeichen. Und da stimmt was nicht. Da sollten wir also was machen. Ich habe jetzt das hier markiert, habe jetzt Anführungszeichen getippt. Und jetzt hat die Arduino IDE versucht, schlau zu sein. Und gesagt, hey, der will jetzt einen Text haben. Und einen Text kann man nur haben, wenn man ein Anführungszeichen vorne hat und eins hinten. Und jetzt hat es mir die ganzen Sachen, die ich markiert hatte, in die Anführungszeichen reingepackt. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Jetzt kann ich das natürlich hier weglöschen zum Beispiel. So, dass ich hier nur eins habe. Geht immer noch nicht. Error. Missing Anführungszeichen Character. Also Fehler. Fehlendes, schließendes Anführungszeichen. Dann haben wir hier Hello World. Das ist der Anfang von dem Text. Und dafür fehlt uns das Schließende. Jetzt ist der Pfeil nicht ganz super. Er zeigt jetzt vorne hin. Aber immerhin, er zeigt jetzt auf den Anfang. Er weiß aber nicht genau, wo das Ende sein soll. Und das müssen wir dann selber suchen. Und dann können wir darauf kommen, dass wir hier das Anführungszeichen hinten hin machen können. Und dann geht es wieder. Ja, soweit die Fehler, die ich mit Kindern beobachtet habe. Vielleicht habt ihr wieder was ein bisschen gelernt. Also nochmal ganz wichtig. Die Fehler am besten von oben nach unten abarbeiten. Immer zuerst den ersten Fehler anschauen und versuchen zu beheben. Nicht mit dem letzten anfangen. Manchmal ist es so, dass der erste Fehler dann weitere Fehler nach sich zieht. Und dann ist es immer gut, wenn man den ersten Fehler zuerst behebt. Im nächsten Video werden wir mal gucken, was wir noch so alles machen können. Jetzt haben wir viele Fehler besprochen. Das war jetzt vielleicht nicht so interessant, nicht so lustig. Wir können mit dem Hello World Programm aber auch noch coolere Sachen machen. Und da werden wir einfach mal ein paar Dinge ausprobieren. Noch Sachen verändern, die vielleicht mehr Spaß machen als einfach nur Hello World. Und da freue ich mich schon drauf. Bis demnächst. Viel Spaß und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020